Musik In Australien regt sich Widerstand gegen die Zwangsmedikamentierung der Bevölkerung über das Trinkwasser. Die zugesetzten Substanzen sind nach Untersuchungen von Wissenschaftlern alles andere als der Gesundheit zuträglich. Ein Bericht im australischen Fernsehen beschreibt die Stimmung. Aber zuerst, wir nehmen es täglich unter Zusicherung unserer Gesundheitsbehörde. Es sei gut für uns. Die Wahrheit ist, Fluorid ist giftig und die Beifügung zu unserem Trinkwasser ist ein laufendes Experiment, das vor 40 Jahren anfing. Nun warnt einer der weltführenden Fluorid-Experten dringend davor, wie es unsere Gesundheit und die ungeborenen Kinder schädigen kann. Dieser Report sagt etwas anderes als die Zahnärzte und Gesundheitsbürokraten. Wir beurteilen es als Gift. Warum sollte dem Trinkwasser Gift zugefügt werden? Das Gift heißt Fluorid. Es ist da drin, weil uns Gesundheitsbehörden und Zahnärzte erzählen, es sei gut für uns alle und reduziere Zahnverfall. Und in einer Dosis, die nicht schadet. Das kann man Professor Akashashila nicht klar machen. Sie sollten verstehen, es ist eine giftige Substanz, zerfallsfördernd, eine krankmachende Substanz und die Fluoridierung sollte so schnell wie möglich gestoppt werden. Professor Akashashila ist eine der weltführenden Experten für Fluorid. Ihre eigene, umfassende Forschung zusammen mit 70 Jahren gesammelter Daten in Indien belegen ihre Aussagen und die sind erschreckend. Ich denke, wenn eine Schwangere mit Fluoriden kontaminierte Produkte zu sich nimmt, ich sage bewusst Produkte, denn das heißt Wasser, Zahnpasta, Schwarztee, aufbereitete fluoridierte Nahrungsmittel, Flüssigkeiten, alles wo der Fluoridgehalt hoch ist, verursacht sie eine Menge Schäden am Fötus, am wachsenden Embryo, dem Kind, was geboren wird. Die amerikanische Zahnarztvereinigung warnt vor der Verwendung von fluoridiertem Wasser zur Zubereitung von Babynahrung. Sie lesen nicht, es ist ihnen nicht bewusst, sie halten sich nicht auf dem Laufenden, machen keine Untersuchungen, daher haben wir ein ernstes Problem. Professor Akashila sagt, die Einwirkung von Fluoriden kann auch die Ursache vieler Leiden sein, wie Rücken, Schulter und Gelenkschmerzen. Möglicherweise von Ärzten fehldiagnostiziert. Sie macht grundsätzlich Urintests, um die Fluoridbelastung ihrer Patienten zu testen. Sobald man die Fluoridbelastung, die durch Zahnpasta, Schwarztee und fluoridiertes Wasser entsteht, auf das normale Maß herunterbringt, wird der Patient gesund. Fluorid ist ein Konservierungsmittel und lauert in vielen Produkten, die wir konsumieren. Aber außer bei Zahnpasta wird es nicht auf den Etiketten aufgeführt. Es kommt also aus vielen Quellen in unsere Körper und wir merken es nicht. Das Fluorid in unserem Trinkwasser ist giftiger Abfall aus der Düngemittelproduktion. Mehr als 100 Jahre lang hat die Düngemittelindustrie zwei sehr, sehr giftige Gase in die Umwelt entlassen. Hydrofluorid und Silikotetrafluorid. Irgendwann mussten sie dann diese Gase binden, was man mit einem Wassernebel machte. Das Wasser wandelt diese beiden sehr giftigen Gase in Hexafluorosilikatsäure. Und diese Reinigungsflüssigkeit, die etwa 25% stark ist, wird in Tanklaster gefüllt und im Land herumgefahren und in unser Trinkwasser geschüttet. Hier sehen Sie, was in der australischen Mischung enthalten ist. Ein krankmachender Cocktail aus Schwermetallen wie Arsen, Barium, Beryllium, Cadmium, Blei, Quecksilber, Kupfer und so weiter. Und in vielen höheren Konzentrationen, als sie für Blei und Arsen erlaubt ist. Warum zwingt man die Leute vergiftetes Wasser zu trinken? Nun, das ist die Zwangsmedikamentierung der Massen. Und es gibt mehr als 1000 Ärzte und Wissenschaftler auf der Welt, die genau wie Professor Shishila verurteilen, was da gemacht wird. Das Problem bei Medizin im Wasser ist offensichtlich das der Einwilligung, dass Menschen nicht darüber informiert und damit einverstanden sind. Das ist ein Grundstein der ärztlichen Ethik. Nun ist man gerade dabei, im Mount Gambier Fluorid zum Wasser aus dem Blue Lake hinzuzugeben. Alex Young hat mehr als 6000 Unterschriften für eine Petition gegen dieses Vorhaben gesammelt, von mehr als einem Viertel der Stadtbewohner hier, was aber von der Regierung ignoriert wird. Das Thema Fluorid wurde umfassend von der Regierung ignoriert. Nicht, dass ich das pushe, sondern insofern, dass der Gemeinde nicht erlaubt wird, mitreden zu können. Sie ignorieren es einfach. Ich und der Rest der Leute sind so zornig über den Grad von Ignoranz in dieser Sache. Wir wollten mit jemandem sprechen, der uns in der Sache Auskunft geben kann. Stattdessen bekamen wir eine schriftliche Stellungnahme, die das Thema gar nicht direkt ansprach. Es wird nur behauptet, dass Kinder in Mount Gambier 78% mehr Zahnfäule haben als Kinder in Adelaide, die fluoridiertes Wasser trinken. Und dass das als sicher eingestuft wird und in vielen anderen entwickelten Ländern so gemacht wird, wie in den USA, Großbritannien und Kanada. Gut, viel mehr stehen auf der Liste nicht, wie Professor Paul Conner, ein Fluorid-Gegner, betont. Die meisten europäischen Länder fluoridieren nicht, wie zum Beispiel Österreich, Belgien, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Island, Italien, Griechenland, Portugal. Die überwältigende Anzahl von Ländern der Welt fluoridieren nicht. Und raten Sie mal, deren Zähne sind genauso gut, wenn nicht besser als unsere. Es verschlimmert den Zahnverfall. Die Zähne werden löchrig, perforiert, sich splittern und brechen. Und die Menschen werden in einem jüngeren Alter zahnlos. Die Antifluorid-Bewegung sagt, dass es reichlich Beweise dafür gibt, dass sie Recht haben. Die Regierungen weigern sich zuzuhören oder Mittel für Untersuchungen über Auswirkungen von Fluoriden auf die Gesundheit bereitzustellen. Das wahre Hindernis sind die Bürokraten, die die Informationen schönreden, bevor sie zu den Entscheidungsträgern gelangen. Das ist ja das Schlimme. Wir erwarten ja Schönrederei von unseren Politikern, aber nicht von unseren Behörden. Ein Fehler? Ja, sicher. Cool.